Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 41.000 US-Dollar. Es war ein sehr langweiliges Wochenende und daran können wir uns anscheinend jetzt gewöhnen. Seit der ETF-Einführung haben wir am Wochenende überhaupt kein Volumen mehr gehabt. Wir haben eine sehr, sehr minimale Range nur gebildet. Also ihr seht es ja hier selber, seit Freitag bzw. seit Samstag haben wir hier begonnen bei knapp 41.400 US-Dollar und es ging hoch in der Spitze 41.900 US-Dollar. Und dann kaum ist Montag oder kaum ist wieder Handelsstart, kann man ja so wirklich sagen, geht es etwas nach unten. Setze sich dieser Trend diese Woche fort, sehen wir heute möglicherweise nochmal einen Dump, der sich dann im Laufe der Woche zu einem Pump umwandelt. Das werden wir uns auf jeden Fall heute im Video mal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir wieder starten, lasst das Video gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates habt, News und Signale oder auch generell irgendwelche Fragen habt, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das Ganze auch traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort habt ihr die meiste Auswahl mit Krypto, Forex und natürlich auch mit den Stockmärkten. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 41.000 US-Dollar und wir bleiben hier mal kurz auf dem 1-Stunden-Timefilm erst einmal stehen. Da sehen wir, okay, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen am Freitag oder ich glaube, ich habe es ein Samstag-Video angeguckt oder Donnerstag, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir hier runter angekommen. Da haben wir die ganze letzte Woche darüber gesprochen, dass die 40.300 US-Dollar-Marke eigentlich so das Hauptziel war, dass wir darunter korrigieren. Das ist auch gekommen. Wir haben diesen Wick abgeholt, wir haben den kleineren Wick hier abgeholt plus den da hinten. Jetzt bleibt noch ein ganz kleiner übrig, der hier unten bei 44.250 US-Dollar liegt. Den kann sich der Markt heute im Laufe des Tages noch holen. Warum? Hierfür machen wir mal ganz kurz wieder unsere Vector-Candles an, beziehungsweise unseren Traders-Reality-Indikator, wenn er denn laden würde. Ansonsten muss ich hier nochmal ganz kurz refreshen, weil wir hier unten, ich kann es euch auch einfach sagen, weil wir hier unten einfach eine Vector-Candle liegen haben. Die sollte sich der Markt einfach jetzt noch holen. Wenn wir mal hier auf dem 4-Stunden-Timefilm sind, sieht man das einerseits, wir haben hier eine Stopping-Volume, andererseits, wenn wir in den 1-Stunden-Timefilm runtergehen, da sieht man es nochmal ein bisschen besser, haben wir hier eine schöne, fette, grüne Vector-Candle. Das heißt, hier unten kam sehr, sehr viel Volumen rein, nicht verwunderlich, weil da unten natürlich auch sehr viele Stops lagen. Deswegen wäre jetzt für den Laufe des heutigen Tages wirklich gut, dass wir hier einfach nochmal runtergehen, das Last-Week-Low-Test, beziehungsweise nochmal ein bisschen tiefer gehen, vielleicht Richtung 40.000 US-Dollar oder sogar in Richtung 39.500 US-Dollar, bevor wir dann eine Kerze nach oben hin machen. Ich mache jetzt nochmal den Indikator aus. Gehen wir dann in den 4-Stunden-Timefilm und testen es hier unten nochmal ab. Wir haben ja letzte Woche auch hier drüber schon mal gesprochen. Hier vor allem dieser Bereich um 39.400 US-Dollar wäre eigentlich eine sehr, sehr gute Überschneidung. Wir haben hier noch so eine kleine Ineffizienz plus. Hier ist eine schöne 4-Stunden-Demand-Zone, die auch noch als Support reinkommt. Und wie gesagt, wir hätten dann wirklich alle Wigs, die wir in den vergangenen Monaten, und da sprechen wir jetzt wirklich vom 4. Dezember, die wir in den vergangenen Wochen, bleiben wir eher bei Wochen, gebildet haben, hier dann unten abgeholt, könnten dann von hier aus einen neuen Step nach oben hin wagen. Je nachdem, wo wir dann landen, müssen wir dann natürlich das Fit-Level dann nochmal versuchen anzugleichen. Und derzeitig liegt das Golden Pocket hier oben bei 45.500 US-Dollar. Ist auch meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr gut möglich, dass wir hier maximal nochmal hochgehen. Ich rechne aber trotzdem übergeordnet. Da bleibe ich auch erst einmal dabei, dass wir möglicherweise bis zum Halving erstmal noch ein paar schwerere Wochen hinter uns haben oder vor uns liegen haben. Hat natürlich auch damit zu tun, dass dieser ganze Grayscale-Bitcoin-Trust erstmal umgewandelt werden muss. Das heißt, die Leute verkaufen ihren ganzen Mist, müssen dann erst wieder neu einkaufen und sowas, weil die Gebühren einfach sowas von heftig sind. Das heißt, es kann sich jetzt alles erstmal noch ein bisschen bis zum Halving ziehen. Wir haben jetzt noch, ich glaube, knapp drei Monate, ich glaube 94, 95 Tage irgendwie so um den Dreh, dass es in der Zeit etwas weniger volatil wird, aber mit größerem Abwärtsdruck. Das heißt, dass wir hier, wie gesagt, die 46.000 US-Dollar auf jeden Fall nochmal angreifen könnten, aber dann auf jeden Fall in Steps dann Richtung Halving oder Richtung, ja, den nächsten Wochen dann auf jeden Fall nochmal deutlich tiefer gehen, bis wir dann möglicherweise hier unten entweder bei 32 oder sogar immer noch im Worst Case bei 28.000 US-Dollar ankommen. Das ist weiterhin so ein bisschen das Primärszenario. Long-Szenario für mich, für alle, die jetzt hier noch nicht long sind, einschließlich mir, weil ich einen Termin hatte. Ich werde dann wahrscheinlich hier unten nochmal in diesem Bereich bei 40.300 US-Dollar nochmal eine Long-Position versuchen. Stop-Loss technisch würde ich sagen, je nachdem, wo wir hier einen Entry haben, auf jeden Fall unter 39.400 US-Dollar. Das heißt, unter dieser vier Stunden die Mahnsrunde sollte auf jeden Fall dann der Support liegen, beziehungsweise erst einmal der Stop-Loss liegen, weil ansonsten könnt ihr, ihr seht es hier drüben, haben wir noch eine kleine Ineffizienz, den Stop-Loss immer, immer tiefer setzen, aber das ist momentan der einzige sinnvolle Stop-Loss. Gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum weiterhin eher so ein bisschen nach Fahrplan, also da läuft es ein bisschen besser als bei Bitcoin. Andererseits bei Bitcoin läuft es auch nicht falsch, weil wir letzte Woche ja die ganze Zeit satt haben, 40.300, das ist so das maximal Ziel, abgeholt. Bei Ethereum warte ich immer noch darauf, dass wir hier zumindest mal in das Golden Pocket runterkommen, also wir nähern uns so langsam, aber sicher unserem Fahrplan von letzter Woche, dass wir hier doch nochmal runtergehen. Würde vielleicht auch ganz gut passen. Bitcoin bei 41k, wenn wir runtergehen Richtung 40 oder 40.300, würde es ganz gut passen, dass wir auch bei Ethereum hier eben noch einmal eine Etappe runtergehen, wenn es denn jetzt hier mal, so perfekt, ich weiß nicht, es ist Montagfrüh, ich weiß es auch nicht, Leute. Auf jeden Fall, das wäre so die Möglichkeit und dass wir dann hier eben nach oben hin in das übergeordnete andere Golden Pocket beziehungsweise in die Ineffizienz dann nach oben hin reingehen. Was gibt es hier noch zu beachten? Im Endeffekt zwei wichtige Level. Wir haben hier unten einerseits eine schöne 4-Stunden-Demand-Zone, die hier noch beim 0786er liegt, plus auch noch so eine kleine Ineffizienz. Wenn wir uns jetzt hier noch den Traders-Reality-Indikator auch nochmal kurz anmachen, sehen wir, okay, wir haben hier eine rote Vektor-Candle, plus wenn wir in den 4-Stunden-Timeframe auch mal nochmal ganz kurz reingehen, haben wir hier eben auch nochmal eine rote. Also es wäre schon nicht verkehrt, wenn wir uns einfach in diesem Bereich nochmal aufhalten würden. Das heißt, Ethereum, je nachdem, wo wir jetzt in den nächsten Stunden stehen, das sehen wir ja dann in den nächsten Stunden, da werde ich euch aber dann auch noch, wie gesagt, in der Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe nochmal auf ein Update dalassen auf jeden Fall, dass wir entweder am Golden Pocket hier eine Long-Position probieren oder dann erst hier unten bei 2.277 US-Dollar. Was spricht momentan eher für tiefere Kurse? Wir haben jetzt hier dieses Tief bei 2.430 mit der letzten Stunden-Candle auf jeden Fall erstmal durchbrochen. Das heißt, wir haben tieferes Tief wieder gebildet, wir schaffen keine höheren Hose. Das heißt, die Abwärtsstruktur ist erstmal noch in Gang. Deswegen Golden Pocket ist auf jeden Fall das erste Ziel. Ob das dann wirklich hält, wage ich ehrlich gesagt noch zu bezweifeln, weil ihr seht es hier unten auch schon am Volumen, wenn ich hier mal ein bisschen reinzoome, da liegt schon noch ordentlich Volumen hier unten in diesem Preisbereich, vor allem hier in diesen Candles, die wir hier noch vor uns haben. Das heißt für mich momentan erst einmal primär oder best case wäre 2.280, dann Stop-Loss auf jeden Fall unter 2.220 US-Dollar. Golden Pocket würde ich nach der Zeitigen Stand, weil Bitcoin eben noch nicht die 40.300 US-Dollar abgeholt hat, derzeit noch ein bisschen davon abraten, hier in der Long-Position einzugehen. Ansonsten, wie gesagt, Stockmärkte haben wir im Wochenausblick drüber gesprochen. Gehe ich diese Woche jetzt erstmal oder warte jetzt erstmal noch Montag, Dienstag. Ich denke, ab Mittwoch wird es hier deutlich spannender. Zwecks Short Gold, wie gesagt, wurde hier Ziel erreicht. Auch hier warte ich weiterhin auf die 2.000 US-Dollar-Marke, beziehungsweise 1.997 wegen Long- und Short-Position. Und ansonsten, DAX könnte sich auf jeden Fall noch ein bisschen nach unten hin bewegen. Vielleicht kriegt man diese Woche auch mal Take Profit 3 dazu. Ansonsten, heute Montag relativ ruhig, Dienstag wahrscheinlich auch relativ ruhig. Funding Rates auch alles sehr neutral. Und auch das Open Interest weiterhin ziemlich am abkacken. Also, läuft momentan. Schreibt gerne unten in den Kommentaren, was ihr von dieser Woche denkt. Wie ist eure Prognose? Schreibt es unten rein. Und ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann hören wir uns später zu einem versprochenen Altcoin-Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay cool.